Hallo und herzlich Willkommen in München. Das ist die Anja, ich bin der Flo und wir möchten euch heute gerne unseren Campus der ESM im Herzen Münchens in den Karlshöfen zeigen. Danke, ich freue mich. Wir befinden uns jetzt hier direkt im Sekretariat der ESM. Das Sekretariat ist die erste Anlaufstelle für die Studenten rund um das Thema Informationssammlung für das Studium, aber auch alle organisatorischen Dinge wie Stundenpläne und Raumbelegungen werden hier koordiniert und zusammengefasst und den Studenten somit weitergeleitet. Wir befinden uns jetzt hier in der Bibliothek und da unser Studium ja sehr praxisnah ist, müssen wir neben der Bachelor- und der Masterarbeit auch viele Hausarbeiten schreiben und die dazugehörige Literatur findet man hier. Es gibt auch viele Fachzeitschriften, nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch, Spanisch, Französisch oder anderen Sprachen. Ich persönlich halte mich hier sehr gerne auf, weil man sich auch einfach mal zurückziehen kann und es sehr still ist und man sich dem Lernen entwinden kann. Wir befinden uns jetzt hier in unserer Cafeteria am Campus München. Hier gibt es neben Kaffee, Snacks und Kaltgetränken auch exzelle Mittagsberichte. Auch in den Freistunden kann man sich mal mit seinen Kommilitonen oder Freunden zurückziehen und einen Kaffee trinken oder auch die Abendplanung übernehmen und mal über außer studentische Dinge reden. Wir befinden uns jetzt hier im International Office an der ESM in München und hier dreht sich alles rund um euer Auslandssemester. Von Beginn an werden die verschiedenen Universitäten den Studenten vorgestellt. Man kann sich hier, wie ihr seht, verschiedene Broschüren ausleihen von jeder Universität. Es gibt über 150 Stück. Wir beide waren ja schon im Ausland und hatten eine wunderschöne Zeit und die Mitarbeiter im International Office betreuen einen immer super gut. Ob es jetzt bei der Wohnungssuche ist oder dann auch vor Ort, wenn man Probleme hat, kann man sich jederzeit melden. Wir befinden uns jetzt hier im Career Center der ESM München. Die Mitarbeiterin kümmert sich um alle Angelegenheiten rund um das Thema Berufsfindung und Karriere. Hier bekommt man nicht nur Unterstützung bei der Praktikumswahl, sondern auch Hilfe in Bezug auf den beruflichen Einstieg. Des Weiteren werden hier sämtliche Vorträge von diversen hochkarätigen Unternehmen organisiert, die oft auch schon auf der Suche nach neuen Absolventen sind. Jetzt habe ich kurz die Ehre, euch die Frau Rörup vorzustellen. Frau Rörup ist unsere Leiterin der Studienorganisation und kümmert sich um alle Angelegenheiten der Studenten. Sie ist auch immer ein offens Ohr für alle Studenten und dafür sind wir auch sehr dankbar. Das mache ich gerne. Also wir hoffen, unsere kleine Führung hat euch gefallen. Und wie wir in Bayern sagen würden, Servus für euch und hoffentlich bis bald.